Guten Morgen, wir sind wach und die Sonne, die strahlt auf unseren Kopf drauf. Das ist cool. Das war ein Vollcoolpenplatz gewesen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich bin an Urinalbecken Kalkablagerung. Vom allerletzten öffentlichen Toilette. Und das Wetter ist heute voll cool, aber es hat manchmal scheiße geregnet. Wenn ich das hier nicht aufgebaut hätte, dann hätte es die ganze Zeit auf unseren Kopf getropft. Oh, und uns fällt auf, das hier, das räumen wir dann später weg, aber da lag noch ein Stückchen Fleisch rum. Und dieser Fleisch, der ist irgendwie abgehauen über Nacht. Der ist verschwunden plötzlich. Der lag hier auf diesem Teller drauf. Ich bin damals vom Wickeltisch gefallen. Ich habe da einen Seemannskörper runtergemacht. Das war nicht zu empfehlen. Das hat einen Knacks weggemacht. Das hat sogar mehrere Knackse weggemacht. Oh ja, die Koffeinherstellung ist abgeschlossen. War das blubbert genauso wie mein Mund, wenn mich ein Fuchs gebissen hat. Ja, noch ein bisschen zu heiß, aber draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Das sieht voll verschmiert aus.